Können da mehr... Ne, sind alle nach Bord. Außer du. Also, Arme liege ich auf jeden Fall nach Bord. Drinn da mehr Ulti down? Ja. Ja, ja. Dann kann ich nur 1 shoten. Verdammt. Dann lauf ich lieber mal. Ähm, flue ich ab. Flue ich ab. Brauchst du noch das eigentlich machen? Ich brauche ihn. Also ich brauche dich dafür. Ja, ja. Oh nein, das ist schon wieder da. Ja Katze, ich streichel dich frei. Ach! Und? Mich auch nach oben. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Gut. Komm, sag schon. Ja Katze, ich streichel dich gleich. Wie können die da drauf rücken? Ja, wenn die. Go. Ja. 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 Ja, meine Midlane, Ari. Komm mal zum Dragon, Alter. Geiler Smile, Alter. Ja, der ist schon in der Mitte. Echt? Ich komme jetzt hier. Hi, was? Ja. Komm, kill ihn. Gib ihn. Gib ihn. Gib ihn. Ich kann nicht mehr slowen. One shot. Der hat Ulti ab. Der kommt gleich wieder. Ja. 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 Okay, das ist nicht ganz so gut. Ja. Geh lieber in den Top, oder? Ja. Ja. Na. Auf. Ja. Ja. Der hat glaube ich keinen Bock mehr gegen mich zu spielen Nee, Arish, die da ist Arish, wieder Mitte Jo, bin wieder da Geil, Arish Boah, hat richtig gestorben, Arish Ich hab mein... Ich hab mein Netz... Ich hab mein Netzteil vergessen einzustecken Dann mach mein Laptop aus Aber richtig gut Bin ich gestorben? Nee Ich glaube doch nicht Wir lassen nicht gestorben und einfach verlassen Ich bin gestorben und einfach verlassen Ich bin gestorben und einfach verlassen Ich hab's auch schon auf meinem Brot Ach nee, Alter Hm? Ja? 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 Macht's dir was, wenn ich immer mal wieder deine Geister mache? Nee, nee, ich kann nicht gehen Uuuhh, ich komm hoch So schnell ich kann, aber ich kann den nicht garantieren Ich geh wieder mitlein Ich versuch die Arish zu snipen Ich versuch die Arish zu snipen Oh, jetzt kommt er auch noch Oh Gott, ich fasse es, dass die immer zu zweit sind Ich geh wieder mitlein Diese blöde Die blöde Die Spasten Oh, das will ich nicht Ehh Und und die Bründermeer SS Wer braucht Hilfe Geil, also ich hab tot Top braucht Hilfe Ja Bord auch Bord auch Ich komm mal kurz Bord Haben die gewartet? Da ist ein Sender mehr. Komm du, ihr gebt mir vor, also das hatten wir. 2-0 nur, pro 110er vorm. Alter, du hast halt schon 175 gebraucht. Eigentlich kannst du ziemlich jeden von denen one-shotten. Oder noch nicht, aber bald. Auf mit Katzik, du bist schwanger Item. Tanki oder Adi? Ich geh ein bisschen tankier. Ich brauch irgendjemand, der überlebt und der die von mir abhalten kann. Ich nicht. Pull ich ab. Der ist schon gut. Nö, der macht eins. Verdammt, schon wieder ein Sias gemisst. Kommt geil, ich bin gleich da. Alter. Erdle. Wirklich. Warte. Achso. Ich bin auf dem Weg nach unten, ich habe aber nicht allzu viel Mana. Bleib da, bleib da, bleib da. Ich bin auf dem Weg nach unten. Bist ja, ob ich sie raffnet. Hi. Der ist noch in der Arbeit. Ich habe gesagt, ich warte hier auf ihn. Mitte, bitte, bitte. Säljärg auch wieder da. Ich hab halt keinerlei Miner gehabt Ich hab ein bisschen gefällt Robin hat gedacht, die kommt erst morgen oder so Das war das, ich geh weg Ich hab dann gar nicht so arg aufgewollt Achtung, die kommen irgendwo hin Ich weiß nicht, ob sie vor Ort oder so gehen 1, 2, 3, 4 Jump raus Wieso hat er so scharf? Ich könnte so wenden, wir probieren nur wegen mir Ich bin gar nicht wunderschön, warum wir sagen, ich würde jetzt gegen hier We can do this Spray Spray Ja Super Ja Ja Geil Ja Geil Geil Ja Geil 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 First Geil Geil Mit ist aber schon eigentlich down gepusht Das ist aber wichtig. So. Und du möchtest es, wenn ein Plan zusammenkommt. Ja, wir haben auch schon ein paar aus dem Insta-Kill geschehen. Was ist denn? Nein, nein, nicht toll. Wenn bei mir das ist die Kacke. Ja, wir kommen an die Kacke-Spaß. Ja, wir kommen an die Kacke-Spaß. Ja, wir kommen an die Kacke-Spaß. Oh mein Gott, ey. Wie viel Schaden. Mein Farm ist halt ein bisschen OP. Ja. Ich liebe es, wenn ein Plan zusammenkommt. Wie viel Schaden. Alter, der hat einen 2 mit 10. Ich hab einen krassen OP. Ich hab einen krassen OP. Ich hab einen krassen OP. Ja, ich geh mal kurz zur Seite ein bisschen. Geht mal wischen. Mein Hintern hat sich abgeschossen. Nein, jetzt geht's wieder. Ich komme. Dann weg. Und er beginnt. Alter, ihr. Fückt euch alle. So, was macht ihr nicht mit meinen Freunden. He he Nein Adler Adler du hättest zu mir laufen können, ich hab ein Schild, das weißt du Können wir das fertig machen? Soll man fertig machen? Ja ich bin zu low dafür gerade Ich sollte ihn jetzt nicht tun Also da kommen gerade richtig viele Oh warte Komm 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 Ja Ja Ah warte Ah warte Ah warte Ah warte Kommt und brecht mich ab Stirb deinen schönen Tod Oh 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 Ich hab nicht genug Damage Brauch mehr Damage Ah Aber ganz ehrlich Adler ich brauch den Gloobuff Dann kann ich zweimal so oft Leute snipen Mein Ulti hat jetzt gerade nen 38 Sekunden Cooldown Viel zu hoch Was für erzählen jemand Was ist das für erste jemand Ich hab nur die Reine zu sehen Ich hab nur die Reine zu sehen Ähh Marco kommst du mal? Ja ja Ähm ich hab nicht mal die Reine zu sehen Ähm gelesen Du mal ich bin um 16 45 mal bei euch Ehh Ehh Kannst mal zugucken wie ich so gekackt Was machst du hier? Hat Alana hat das damit Wie lange bleibst du hier? Alana hat das Auto dann Keep going Ja Alana wird mich wahrscheinlich geben Nein 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 Hol sie hier Nein Fast schon ich bin gefährlich genug Ich brauch keine Kills mehr eigentlich Ich hab noch einen One-Shot in Achtung Ich lag gerade ein bisschen Oh was Und jetzt geht's los Geht's los Ja 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 Ich gehe jetzt wieder. Ach so. Ja, ich weiß nicht. Wo ist denn die? Lockse mal hierher. Ich möchte jemanden killen. Hat den noch da? Mach mal fertig. Auf. Hat den schon angepässt, glaube ich. Nee, angepässt mich nicht. Doch, er ist gestorben. Kann ich verstehen, dass er angepässt ist. Kannst du nachher sagen? Kannst du nachher sagen, warum? Mir oder wem? Ja. Nach, ich hole den Flughafen, den. Ja, er kann mir nachher sagen, warum er angepässt ist. Komm zu mir, krieg mir erst mal eine Brauche. Und dann sagt er, Ja, er ist nicht eigentlich, dass er bewegt ist. Warum das? Niemand. Waut, ich schreibe einfach. Ja, ich schreibe. Ich war förberlich, Alter. Ah, komm. Ich habe nur irgendwie alles zu retten. Schnallt! Ja, ich schreibe. Oh, das ist gut. Oh! Was ist denn da? Oh, ich kenne sie. Oh, ich kenne sie. Oh, ich kenne sie.